hallo hier ist martin und meine manche ist das die dax-analyse für dienstag den 9.7.2024 und unser gaul ist hier ein bisschen quer gestartet wir haben zum zum für den montag besprochen dass er ja zum freitag sich jetzt in die 600 nach reihen gewagt hat die die 450 von oben verteidigt hat c die 420 nicht unterboten hatte ja das waren so die drei elemente weswegen gesagt haben der eigentlich gute karten noch mal hoch zu ballern in die 600 630 und wenn er das hinkriegt dann eben auch weiter in die 700 um sich mal dem abwärts zu widmen was haben wir dann gesehen wir haben tiefen start gesehen tiefer start vor allem unter die 450 450 ist nach wie vor als warmsignal schon auch brauchbar hat aber hier nicht gezündet weil eben die 420 nicht unter unter also nicht unterboten hat damit blieb hier das verkaufssignal aus wenn ein schwacher start wurde gedreht hoch und die 600 gezogen 600 wieder weg und wieder runter auf die 450 also im grunde genommen identisch wie zum freitag ja das gleiche pattern noch mal mit dem einen unterschied eben dass wir kein tieferes tief gebildet haben also sowohl im morgen tief nicht als auch im nachmittags abends tief ist der dax nicht tiefer gekommen und hat jetzt hier so ein recht flaches hoch tiefer gesetzt dann hier hinten so ausgebremst also wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen es könnte auch ein dreieck werden dass in der substanz wie er jetzt steht passend werden also das hier unten sieht ja aus wie es dreht er jetzt schon wieder auf für den dienstag und dann müsste man mal genauer hingucken dann im frühen bereich der 600 nicht wieder 630 sondern wirklich im frühen bereich der 600 könnte dann gegebenenfalls wieder auf die decke kriegen und erneut nach unten treten und dann wäre es ein dreieck dann wäre es definitiv ein dreieck was dann auf seinen ausbruch wartet der dann entweder zur folge hat dass wir unten wieder einmal in die flagge reintreten wenn wir in die flagge reintreten hätten wir auch das risiko komplett bis zum unteren flaggen kann wieder zurückgeschlagen zu werden oder wenn er dann eben oben aus dem dreieck raus platzt die 700 wahrscheinlich direkt zu durchschlagen und auch zu durchrennen von daher wäre das dreieck jetzt hier durchaus eine option und auch passend setzt allerdings auch voraus er muss über die 500 drüber er muss über 500 wieder nach oben arbeiten also dieses aufdrehen quasi bestätigen durch ein kleines höheres hoch letztendlich und wenn er das macht hat er die chance eben wieder oben rein in die 600 gelingt ihm das und er bricht uns aber trotzdem oben schon raus ohne jetzt auf das dreieck anzuspielen hat er trotzdem die möglichkeit oberhalb von 630 dann in die 700 reinzulaufen und dann auch in den ausbruch zu gehen das ist ganz wichtig aber ich würde trotzdem erstmal erwarten dass er wenn er über die 500 performt rein in die 600 steigt von der 600 dann auch wahrscheinlich wieder abgewiesen wird nach unten das wären die positiven szenarien wenn wir vom start aus direkt nach oben starten ihr seht das ja früh ihr könnt das bewerten ihr könnt das einschätzen und dann euch danach richten sehen wir das nicht sehen wir zum start dass der dax untenrum schwurbelt und vielleicht sogar schon unter die 420 geht sollte man jetzt beachten dass wir ein sehr flaches tieferes hoch haben das heißt es würde sich auch durchaus anbieten ein etwas flaches flacheres tieferes tief zu bilden unter dem hier und da bildet bietet sich ja wunderbar hier der untere bollinger band bereich an der dann so unterhalb der 400 liegt ich sag mal so zwischen 390 380 ja das wäre jetzt wenn er tief rein kommt wieder so eine klassische bärenfalle die er stellen kann und das wäre nicht die erste das war ja auch eine hat er hier mehrere schon gezündet wenn er hier so auf die 380 denkt alle denken boah jetzt fällt er wieder komplett durch den channel durch stellt sich dann ans untere band dreht auf und feuert von da dann wieder bis zum abend hoch in die 600 dann wäre das aber kein dreieck ja dann wäre das eine flacke oder eine abc korrektur das heißt dann hätte die 600 keine elementare wirkung für uns ja dann würde wahrscheinlich direkt durchsteigen das ist wichtig ja das sehen wir direkt unten erstmal unter 420 raus starten ähm guckt mal bei 380 390 genau hin dreht er sich dort stark um hätte das zeug von dort bis zu 600 durchzuziehen und auch durchzugehen bis zum abend über den mittwoch dann natürlich raus das würde nicht alles an einem stück schaffen aber das wäre ein guter verlauf und sollte das aber nicht klappen dass er unter der 390 380 hier auftritt und einfach weiter fällt bleibt es dabei dann haben wir im bereich um 335 300 nochmal ein support und wahrscheinlich auch den beginn eines zurseitige eiers also der würde dann wahrscheinlich hier aus sich einfach wieder in dem bereich zur seite eiern ist halt dann wieder im korrekturmuster hätte dann unten einen fehlausbruch oben einen fehlausbruch und würde dann wahrscheinlich erstmal wieder in der mitte ein bisschen herumkreiseln so die erwartungshaltung von meiner seite das heißt sehen wir den schwach wäre es gar nicht verboten den shot zu probieren vielleicht sogar rein in die 380 390 und mit der option dort ein bisschen genauer hinzugucken dreht er auf dann würde ich mich da erstmal distanzieren von bleibt aber schwach drinnen dann muss man das wirklich noch bis 335 300 ausreizen ja und wenn aber gar nicht schwach rein statt und dann bleibt über 500 weil das mit dem dreieck ein bisschen im hinterkopf es würde die situativ eigentlich auch gut drauf passen setzt aber wirklich voraus dass wir dann knapp über der 600 auch wieder sehr deutlich eintreten ok ja müssen wir noch irgendwo drauf gucken ja Tageskerze könnten wir noch mal gucken sieht jetzt aus wie die vorherige da habe ich euch aber gestern schon was zu gesagt ich denke das war nicht ganz verkehrt dass wir das so gesagt haben da war bestimmt der eine oder andere schon auf short getrimmt wo er die Tageskerze gesehen hat und das ist halt der DAX also theoretisch inhalte die aus trading fachbüchern stammen das ist nicht zu seiner Stelle also hat jetzt hier auch die ganze erstmal wieder oben zu gelaufen ist jetzt hier nicht weggebrochen jetzt hat er hier eine zweite dahinter gestellt mit der gleichen wirkung und mit der gleichen interpretationsweise wie es ja so in den sachbüchern steht nämlich dass das jetzt hier eine short verlagern oder eine trend umkehr ist aber ich meine trotzdem zur vorsicht nein er hat untergeordnet die höheren tiefstehen wenn er über 500 treibt kann er einfach wieder an den Kerzen dran vorbei nach oben steigen das kann der das hat er oft genug bewiesen das hat er oft genug gezeigt ja die Kerzen kriegen Signalgewalt erst unter 440 ja dann 430, 420 dann rufen die Großen alle short und wahrscheinlich kommt dann die Bärenfalle mit 380, 390 und wieder hoch also es ist ich weiß es ist nicht ein bisschen komplexer ein bisschen mehr Szenarien die besprochen werden müssen das ist nicht ganz so eindeutig aber das entsteht einfach aus der Gemengelage aus dem vielen ähm drantäuschen wieder zurück und so weiter durch das Ausweiten der Muster ähm ist das dann hier eben auch nicht ganz nur mit äh 1, 2 Varianten getan ich denke aber trotzdem wir haben schöne Orientierungspunkte an denen können wir uns orientieren ähm auch wenn vielleicht nicht unbedingt jeder weiß wie er das jetzt primär umsetzen will ähm da einfach der Hinweis man muss nicht überall dabei sein man muss auch nicht alles umsetzen ich mach das auch so ich bin auch ich bin auch jede Strecke von Tief bis Top und von Top bis Tief das äh das zu probieren das funktioniert auch nicht das macht einen auch nicht glücklich aber wenn man dann drauf wartet auf die Situation wo man sagt ja das das macht für mich Sinn das sieht gut aus das könnte ich mir gut vorstellen ähm und der spielt das dann an und man steigt dann ein und versucht das dann mitzureiten dann macht das Sinn dann funktioniert das auch und dann geht wirklich der Hinweis man muss hier nicht probieren alles mit zu traden aber wenn man auch mal sieht er greift hat schön in ein Szenario rein dann kann man sich da seine Punkte rausschneiden ja und die restlichen Zeit darf man auch mal zugucken das ist nicht verboten ja nichts gesetzt ist erstmal nichts verloren und das ist schon halb geworden ja das ähm als gut gemeinter Rat vielleicht für den einen oder anderen gut Freunde ich mach hier aus viel Erfolg gutes Gelingen bis morgen blick schlatt